Hallo und herzlich willkommen zur 45. Ausgabe von CUT. Heute ist Sonntag, der 13. Oktober 2019. Neben mir sitzt wie immer die bezaubernde Donja. Hallo. Und ich bin der Marco. Hallo. Nachdem ihr letztes Mal so lange warten musstet, kommt es jetzt Schlag auf Schlag. Genau. Das werdet ihr uns nicht mehr los. Die zweite Episode innerhalb von einer Woche, weil wir nämlich bereits donnerstags pünktlich zum Kinostart im Joker waren. Ja. Genau. Und darüber möchten wir euch heute berichten. Genau. Vielleicht vorab ein paar Sachen oder anders gesagt, vielleicht soll man den ZuhörerInnen mal klar machen, welches Verhältnis wir eigentlich zu Filmen aus dem DC-Universum haben. Meinst du nicht, dass die treuen Hörer das schon längst wissen? Ja, die treuen Hörer und HörerInnen natürlich. Aber die weniger treuen wissen vielleicht gar nicht, dass wir echte Schwierigkeiten haben, zumindest mit den jüngeren Verfilmungen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die ganzen Nolan-Batman-Filme, da haben wir ja... Ja, das war aber auch das letzte Gute, was DC und Warner daher vorgebracht haben. Ja, wobei Wonder Woman... Stimmt, Warner Woman war auch eine Ausnahme. Genau, da fanden wir schon toll. Ja, das Ende war ein bisschen... Ja, das stimmt. Ja, aber ihr kennt ja unsere heiße und innige Liebe zu Marvel und heißt jetzt nicht, dass wir DC irgendwie kategorisch schlecht finden, aber was sie so an Filmen produzieren, steht da in keinem Verhältnis, finde ich. Und auch die Serien. Also ich weiß nicht, mich reizen die auch gar nicht. Nee, die sind auch immer so hochglanzpoliert. Arrow und Flash und Gotham. Vielleicht tun wir den Serien jetzt unrecht, aber wir haben ja sogar mal reingeguckt, glaube ich, in Gotham. Ja, Arrow habe ich auch. Mal angefangen, ja. Die erste Staffel angefangen und ja, das ist halt, weiß ich nicht. War halt nicht so meins. Nein, nein, meins war es auch nicht. Ich würde vielleicht einfach mal kurz mit einem Exkurs anfangen zu dieser Figur, also zum Joker. Und zwar tauchte der am 25. April 1940 in Batman No. 1, also in diesem Comic-Heft als erstes auf. War jetzt nicht das erste Batman-Heft. Also Batman gab es schon vorher, da hieß es, glaube ich, noch Detective Stories, wo Batman da als erstes aufgetaucht ist. Aber ja, war mal, glaube ich, war schon der erste Reboot oder wie auch immer man das benennen möchte. Jedenfalls tauchte er da als erste Mal auf. Und die Schöpfer, als Schöpfer werden Bill Finger, Bob Kane und Jerry Robinson bezeichnet. Den etwas comic-affineren ZuhörerInnen unter euch werden die vielleicht was sagen. Also ich kannte jetzt namentlich nur Bob Kane. Der ist mir irgendwie mal untergekommen. Naja, und wir unterhalten uns aber weniger über die Comics, weil da... Aber ist nicht Bob Kane der Erfinder von Batman? Nein, es sind drei. Drei? Okay, okay. Drei, als drei angegeben. Die, glaube ich, da, so was ich jetzt gelesen habe, auch immer unterschiedliche Stories dazu haben, wie das jetzt genau entstanden ist, aber gut. Jedenfalls wollen wir uns aber nicht über das Comic-Universum unterhalten, weil dazu habe ich viel zu wenig Ahnung und da würde ich mich jetzt hier aufs Glatteis begeben. Voll in die Nässe. Nein, wir wollen uns eigentlich eher über das überschaubarere Film-Universum unterhalten und dabei auch gar nicht jetzt über diese ganzen Animated. Series, also die ganzen Zeichentrick-Sachen, weil da gibt es ja auch wie Sand am Meer, sondern tatsächlich über die Real-Film-Fassungen, Versionen vom Joker. Und da gibt es gar nicht so viele. Die erste, den ersten Auftritt 1966, ein gewisser Cesar Romero in der Batman-TV-Serie, die ja auch einen gewissen Kultstatus hat, aber eher weil sie halt, ja, also das hat jetzt mit einer modernen Batman-Version nichts mehr gemein. Gemein hat natürlich auch in dem dazugehörigen Kinofilm Batman hält die Welt in Atem den Joker verkörpert. Dann vergingen über 20 Jahre bis zur nächsten Verfilmung und zwar war das 1989 und zwar in Tim Burtons Version von Batman, kein geringerer als Jack Nicholson. Und das war auch immer noch sehr comichaft, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber ja, also für die damalige Zeit schon herausragend. Ja, für die damalige Zeit sehr herausragend. Was diese Geschichte auf alle Fälle beinhaltete, war so die am weitesten verbreitete Ursprungsgeschichte des Jokers, nämlich die, dass er halt durch Chemikalien entstellt wird und halt sein Aussehen erlangt. Okay. Und diese habe ich jetzt auch nachgelesen, also was ja beim, bei der Batman, Tim Burton Batman der Fall ist, ist, dass ja der Joker quasi auf seinen Opfern ein Lächeln hinterlässt, wenn du dich nicht erinnern kannst. Das war tatsächlich auch Teil der Story im ersten Auftritt vom Joker im April 1940. Ja. Ja, so als Funfact. Dann vergingen wieder knapp 20 Jahre, 19 um genau zu sein, bis dann 2008 im Kongenial von Christopher Nolan, der ja die bislang ikonischste Verkörperung dieses Charakters, das Licht der Leinwand erblickte. Nämlich durch keinen Geringeren als Heath Ledger, der ja, wie man weiß, leider viel zu früh verstorben ist und aber posthum für seine Rolle vollkommen zu Recht mit dem Oscar ausgezeichnet wurde für die beste Nebenrolle. Ja. Ja. Ja, war grandios. Dann gab es noch einen Auftritt, den habe ich schon wieder verdrängt, war 2016, und zwar von Jared Leto. Oh ja. In Suicide Squad. Oh mein Gott, ja, das habe ich auch vergessen. Aber komplett vergessen, wie geht denn das hin? Ja, es ist halt einfach nicht sehr erinnerungswürdig gewesen. Nee, war es ja auch nicht. Es war halt jetzt schon irgendwie so eine Neo-Punk-Version von Joker, die man da versucht hatte. Naja. Ich habe es, das ist die H&M-Version vom Joker. Die H&M-Version vom Joker. Ja, hat uns, hat uns. Ich weiß auch nicht, warum ich da jetzt drauf gekommen bin. Er erkennt ja unsere Meinung zu Suicide Squad. Und ja, die Darstellung Jared Letos, sagen wir mal so, ist jetzt nicht das Schlimmste an dem Film. Ich, 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 nein, ist es wahrlich nicht, das ist so. Aber ist auch keine Kunst, ne? Ja, nee, aber das ist so, als ob sie sich so gedanklich abklatschen. So, so, jetzt habe ich noch meinen draufgesetzt an Beschissenheit, wie man jetzt in so einem Film sich darstellen kann. Weil ja die alle halt, es ist irgendwie, schauspielerisch gibt es da ja nichts, was man feiern könnte und drehbuchmäßig auch nicht. Und wie war das nochmal, du hast ihn nicht fertig geguckt, ich habe ihn fertig geguckt. Du bist ausgestiegen dann. Ich bin dann irgendwann mal in die Küche gegangen und habe angefangen aufzuräumen, während der Film noch im Wohnzimmer lief. Und ich habe dann immer nur noch so, so Dialogfetzen mitbekommen und dann das Finale und dachte mir so, oh mein Gott. Ja. Das, äh. Aber habe ich wirklich komplett vergessen, ja. Komplett, äh, schon verdrängt. Ja, genau. Ja, aber wir wollen uns ja heute nicht über die alten Filme unterhalten, sondern über einen neuen Film und darüber darfst du uns jetzt ein paar Fakten. Ja, und zwar, der Film hat eine Laufzeit von zwei Stunden und zwei Minuten, hat eine FSK 16 und ich fange gleich mal an mit den Bewertungen, weil da spiegelt sich schon wieder die Kontroverse so ein bisschen wieder. Auf EMTB hat er eine gute Bewertung, 8,9, der Metascore ist 9,50, also das heißt, alle die Kritiker da draußen tun ihn jetzt, tun sich etwas schwer mit dem Film. Dann der Tomatometer ist auf 68 Prozent und der Audiencescore ist auf 90, auch hier wieder. Also, das Publikum mag ihn mehr als die Kritiker da draußen. Weißt du, wenn ich da einhaken darf an der Stelle, weißt du, ich glaube, dass das da auch maßgeblich dazu beiträgt, zu dieser komischen Polarisierung. Ich meine, dieser Hype, der da jetzt in Brand ist, der hat ja seinen Ursprung in Cannes. Ja, ja. Und wo er ja, ich weiß nicht, ob ich dir da jetzt was vorwegnehme, wo er ja mit Goldenen Löwen ausgezeichnet wurde. Ja, du nimmst da was vorweg. Und ich glaube, da ist dann so eine Art Hype entbrannt und damit auch sind so komische Erwartungshaltungen geschürt worden und die halt in zwei vollkommen unterschiedliche Richtungen gehen. Und ich, also ich habe den Eindruck, dass der Film polarisiert. Ich habe noch keinen, keine Kritik gesehen, wo irgendwie drin steht, ja, nett. Sondern entweder finden die den total scheiße oder sie loben ihn in den Himmel. Und da spiegelt jetzt auch der Score wieder. Ja, ich habe eine gelesen, das, wo ich dir noch schicken wollte, wo du gesagt hast, nee, will ich nicht lesen. Die Dame von Spiegel Online, die hat den Film als nichtssagend bezeichnet. Ja, weiß ich auch nicht, was die für einen Film gesehen haben, aber da kommen wir ja jetzt nochmal ausführlich zu. Ja, da kommen wir dann später drauf, weil das ist, also egal, in welche Richtung es geht. Und es ist aber auch so, dass die Marketing, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt von Warner so, das Marketing, das Ganze so aufgebaut hat. Weil in Amerika ist es auch so, also das Ganze kommt, finde ich jetzt, weniger von Venedig, weil ich habe jetzt halt auch in den Hintergrundinformationen gelesen. Kann. Habe ich Venedig gesagt? Okay, in Cannes. Ja, es gibt... Nein, aber, na, stopp. Es war in Venedig, weil Cannes ist die goldene Palme. Habe ich jetzt Käse erzählt? Ja. Echt jetzt? Ja. Der goldene Löwe ist von Venedig. Ich dachte aber, dass der einen Cannes bekommen hat. Nein. Nein, nein, das ist später Venedig. Goldene Löwe. Genau. Und die Palme gibt den Cannes. Nö, Cannes. Hä? Aber was ist mit der Palme? Erzähle ich jetzt einen Käse? Müssen wir das jetzt alles rausschneiden? Nee, Festival in Venedig. Goldene Löwe für den besten Film im diesjährigen Wettbewerb bei dem Filmfest spielen in Venedig gegen einen Joker. Okay. Okay, gut. Also habe ich einen Käse erzählt. Alles gut, alles gut. Alles gut. Okay. Nicht, dass uns hier jetzt die ganzen Finiasten auf die Barrikaden laufen. Nein, weil, wenn wir uns kommen, wobei wahrscheinlich der goldene Löwe von Cannes und die schwarze Palme in Venedig. Ja, weil wir würden uns ja immer Kommentare wünschen, aber wir kriegen ja einfach keine. Vielleicht sollten wir einfach mal Mist erzählen. Und schauen, ob die Leute aufpassen. Genau. Und dass jemand uns was schreibt. Wobei ich kriege dann immer meistens, also ich kriege ja schon Reaktionen, das ist dann immer eine E-Mail auf Geschäftskonto, deswegen. Egal. Auf jeden Fall hat er, jetzt hat man ihn wieder ausgeholt, im Vorfeld schon gesagt, also er wollte so wenig wie möglich auch über die Figur halt sprechen, dass die Leute sich wirklich auch ein eigenes Bild machen. Und diese komische Marketingkampagne ist, glaube ich, jetzt in Amerika gestartet, zum Start von einem Film, weil halt es diverse Screenings gab und die Leute halt dann komisch darauf reagiert haben. Und ich glaube, Warner nimmt das so ein bisschen auch mit. Also die sind da dankbar, dass da halt Leute jetzt diesen Film irgendwie nicht vertragen, psychisch, und auch irgendwie rausgehen oder Panikattacken bekommen oder und so weiter und so fort. Also auch in Deutschland gibt es dann auch schon Tests, wo dann irgendwelche, tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber zartbeseitete Frauen halt, die werden dann halt verstöpselt und dann wird denen ihr Herz dann gemessen, wie sie halt. Ich meine, natürlich macht so ein Film was mit einem. Ich verstehe. Aber das muss doch jetzt nicht aufgebauscht werden, indem man halt dann, das finde ich dann schon wieder ein bisschen kacke. Und ich glaube so ein bisschen, dass das die Warner auch absichtlich macht, um da halt nochmal so einen Hype zu generieren, was sich dem Ganzen jetzt, da kann ja der Film jetzt nichts dafür, da können auch der Regisseur auch nichts dafür. Das ist halt die Warner. Und die Warner ist einfach ein komischer Verein. Es tut mir einfach leid. Es ist einfach so. Ja, ich, also, weißt du, ich denke mir dann, also ich habe den Film gesehen und ich habe selber gar nicht so viel Berichterstattung in mich aufgenommen, einfach absichtlich mich da ein bisschen abgeschottet. Aber ich habe deine Berichte so gehört und ich dachte mir auch hinterher dann so, aber warum? Es ist doch kein Aronofsky, es ist doch kein Mother, es ist doch kein Requiem for a Dream, wo du hinterher irgendwie dir die Pulsar dann öffnen möchtest. Das ist doch, das ist doch eine, natürlich ist das kein Feel-Good-Movie, ja. Und natürlich gibt es bestimmt Leute, die an sowas jetzt wenig Gefallen finden. Vielleicht ist es einfach deswegen so, diese Resonanz, weil das vorher irgendwie immer so ein bisschen dem Arthouse-Kino vorenthalten war, solche deprimierenden und, ja, einfach runterziehenden Filme hervorzubringen. Und jetzt ist es halt irgendwo so ein bisschen im Blockbuster-Kino angekommen und jetzt machen sie sich alle ins Höschen. Ja, aber wer macht sie ins Höschen? Naja. Die von Warner oder wie meinst du das? Nein, so diese, ich weiß nicht, woher diese ganzen Berichte stammen von wegen, oh, und mussten aus dem Kino raus. Ja, aber das ist doch, ich glaube, dass das von der Warner ist. Naja, die werden sich das sicher nicht aus den Fingern saugen, sondern sie werden sich halt solche Vorfälle nehmen und halt marketingtechnisch schon zurechtlegen. Ja, das sowieso, aber, ja, ich meine, ich weiß nicht. Also mir kommt das alles so, mir kommt das alles ein bisschen absurd vor, dieser Hype um, auch dieser Negativ-Hype um das, was da jetzt angeblich passiert oder nicht passiert und ich weiß nicht. Also ich bin da, wir sind da wahrscheinlich auch schon weit, weit davon entfernt, also weit drüber hinaus über, also für uns ist das jetzt keine kontroverse Art von Filmen. Also ich empfinde das nicht so. Ja, vielleicht, also natürlich hat der Film was mit einem gemacht und natürlich, er soll ja auch was mit einem machen, aber. Ja, aber er hat jetzt dich nicht dazu verleitet, dass du hinterher rausgehst und irgendwie Leute abknallst. Nein, 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 ich muss nochmal nein sagen. Ja, das ist natürlich jetzt auch mit diesen ganzen Themen, wo es jetzt halt auch wieder gibt und das, was jetzt hier auch wieder in Halle passiert ist, ich meine, das ist natürlich sehr schrecklich und. Also wenn ich, ja, wenn der Film eins nicht ist aus meiner Sicht, dann ist es gewaltverherrlichend. Nein, überhaupt nicht, gar nicht und deswegen, ich verstehe auch diese Kontroverse nicht und er will ja auch nicht, er will das nur, ja, ich glaube, wir holen jetzt schon wieder zu arg weit aus, wir müssen das, müssen wir wieder zum Kontext kommen. Also weil, ja, weil im Prinzip, wir reden ja später eh nochmal drüber. Ja, wir reden ja jetzt von der Bewertung und wir reden ja jetzt von unserer Theorie, wie es überhaupt zu so einer kontroversen Bewertung kommt, weil aus meiner Sicht ist dieser Audience Score, also diese 90 Prozent entspricht halt unserem Gefühl. Ja. Nicht, dass dieser Film sich ja auch hat inspirieren lassen von so Filmen wie Taxi Driver und so weiter und so fort, aber auch damals, als der Alan Moore den Comic geschrieben hat, The Killing Joke, der ja lose auf das beruht, der hat sich auch inspirieren lassen von den ganzen Filmen aus dieser Ära. Also auch er hat, ich glaube, King of Comedy, weiß nicht, ob da und auch Taxi Driver und auch die ganzen Filme und das war auch schon die Inspiration, also das heißt, der Inspirationsherd ist immer dasselbe. Und, ja, aber dann wird dem Film das quasi halt so vorgeworfen und dass da nichts eigenes draus entsteht und überhaupt und das finde ich dann so, ja, aber letztendlich erzählt ist ja, wenn man es runterbricht, ist schon alles erzählt. Nur noch nicht von jedem. Genau, von jedem und über alles und letztendlich hat man irgendwie auch schon alles gesehen, aber es gibt dann halt, auch wenn da eine Inspiration dahinter ist und natürlich sehe ich die, wenn ich den Film sehe. Natürlich, wenn du halt gewisse Filme in deinem Back-Sortiment einfach drin hast gedanklich und du hast halt Taxi Driver gesehen, du hast auch, French Connection wird dann auch genannt oder du hast dann halt einfach so diese ganzen Filme aus dieser Ära, dieser New Era, wo halt in den 70er Jahren entstanden ist, wo die jungen Wilden halt Hollywood nochmal revolutioniert haben. Ja, da sind die Anleihen da und natürlich sehe ich die auch, aber ist das jetzt schlimm deswegen? Nein. Muss ich jetzt diesen Film deswegen nicht sagen finden, weil da jemand sich bedient? Das würde nämlich dem Ganzen halt, dann würde ich sagen, es tut mir leid, dann hast du vielleicht den Film nicht verstanden, weil du halt diese Darstellung vom Joke in Phoenix halt aber null, aber wirklich null würdigst. Und der Mann spielt halt sich die Seele aus dem Leib und es ist so fantastisch auch, das mit anzuschauen und ja, das ist, ich habe mich selber immer so ein bisschen gewundert, aber ich habe währenddessen immer wieder gedacht, so wow, ist das ein schöner Film. Ja, aber ja. So, also nur jetzt, irgendwie rollen wir heute das Feld von hinten auf. Ja, nee, aber es ist, wie gesagt, es ist nur so, ich finde es halt wirklich verwunderlich, also es gibt halt, sagen wir mal, erfahrungsgemäß und wir haben es auch schon mehrfach erwähnt, wenden wir uns ja immer in Richtung Rotten Tomatoes und finden uns da meistens immer ziemlich gut wieder. Das ist ja eigentlich das, was mich so verwundert, dass ich sage, ich weiß nicht, ob wir dann Allerweltsgeschmack haben oder ich weiß nicht, wie man das bezeichnen soll, aber so der Durchschnitt der Kinogänger scheint ja meistens unserer Auffassung zu sein, was unsere Meinung über so einen Film betrifft. Und deswegen wundert es mich halt, wenn das so komplett auseinander geht. Das war jetzt eigentlich der Grund, warum ich da versucht habe, jetzt irgendwie vorab schon ein bisschen in die Analyse zu gehen, aber. Das können wir ja nochmal vertiefen, wenn wir dann. Ja, erzähl doch einfach noch ein bisschen über die Beteiligten. Ja, und zwar, vielleicht was auch viele so ein bisschen wundert, warum jemand, der Regisseur, der ist ja auch bekannt und das ist der Todd Williams, der Todd Phillips und der hat Wardogs gemacht, den wir jetzt nicht so toll fanden, das Hangover Universum, muss man schon sagen. Eins, zwei und drei. Eins bis drei. Den Stichtag hat er gemacht, den fand ich sehr gut, Starsky und Hutch und Roadtrip. Also er kommt halt aus so einer Ecke, wo ja schon auch Comedy, Humor, manchmal so ein bisschen auch so, ja so ein bisschen unter der Gürtellinie Humor. Also, ja, so Roadtrip zum Beispiel, das ist jetzt gar nicht meins, dass Starsky und Hutch ist, ja, der war lustig, aber da würde jetzt niemals zu meinen Lieblingsfilmen zählen. Also, dann hat man es halt gesehen. Ja, und der Todd Phillips hat halt jetzt den Joker gemacht. Und was mich so mehr verwundert hat, weil der hat ihn ja zusammen mit dem Scott Silver geschrieben und der Scott Silver hat, also ich kenne zwei Filme, wo er geschrieben hat. Und das eine ist The Fighter. Das ist so ein Boxerdrama und mit dem... Mit Jack Killinghall. Ja, genau. Nein. Nein? Nein, mit dem Christian Bale und... Ach, ja, ja. Oh, wer ist denn nochmal der andere? Sein Bruder, äh, Mark Wahlberg. Und, äh, genau, und 8 Mile hat er geschrieben. Das ist der mit dem... Mit dem Eminem. Mit dem Eminem. Genau. Ach ja, stimmt, ja, The Fighter. Ich verwechsel das gerade, ja. Okay, weiter. So, und das... Dann war es das eigentlich. Also, viel hat der Mann ja nicht gemacht. Und der hat... Und The Fighter ist, glaube ich, zehn Jahre her. Ne, neun Jahre her fast. Und seitdem hat... Also, ist nichts aufgeführt. Also, das heißt, da frage ich mich, wo hat er den Mann jetzt hergezogen? Vielleicht sind das halt gute Freunde. Ja, die ist oder so. Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die zwei haben das Drehbuch geschrieben. Dann, äh, was wirklich, wirklich fantastisch war, das war auch die Musik. Und zwar hat die komponiert und auch selber gespielt, weil sie ist ja eine Cellistin. Und zwar ist das die Hildur Gona Dotir. Gona Dotir? Jetzt habe ich es wieder nicht richtig geschrieben. Gona Dotir. Gona Dotir. Gona, das ist ein D. Ja, ich weiß. Gona Dotir. Gona Dotir. Gona Dotir. Ja, okay. Hildur Gona Dotir. Er ist eine isländische Cellistin. Genau. Und, äh, was ich... Ich wollte eigentlich wissen, wie man diesen Namen ausspricht. Deswegen habe ich auf Wikipedia nachgelesen, aber auf Wikipedia steht nicht, wie man Namen ausspricht. Das... Also, falls irgendeiner von Wikipedia mal... Ja, kannst du das selber machen. Also, kann man selber machen? Ja. Ach so. Wikipedia ist ja offen. Ja, aber da weiß ich doch nicht, wie man das schreibt. Lautschrift. Lautschrift. Ja, also, ich bitte integriere in Wikipedia Lautschrift, dass solche Gurken wie ich wissen, wie man so einen Namen ausspricht. Ja, generell. Es gibt ja manchmal Namen hier. Okay, ich hab's auch echt irgendwie nicht mit Namen. Ich weiß auch nicht. Naja, die Gute ist auf jeden Fall auch befreundet gewesen mit Johann Johansson. Die haben zusammen so einen Think Tank gemacht und so eine Kunstakademie, Galerie, was da geil was. Auf jeden Fall, der Johann Johansson kennt man ja auch und das ist auch ein begnadeter Komponist gewesen. Und der Gute Mann hat sich ja letztes Jahr, ist er ja gestorben an einer Überdosis, das wusste ich jetzt nicht, Kokain und er hatte noch seine lebensnotwendigen Medikamente, hat er auch noch in sich drin gehabt. Und die Mischung hat ihm dann, ja, das Leben gekostet. So, und die Gute Hildur kennt man unter anderem auch von Chernobyl. Da hat sie den Soundtrack gemacht, Sicario 2 und Maria Magdalena. Und mitgewirkt hat sie auch bei Arrival, Revenant und Sicario. Also eine ganz, ganz tolle... Wahrscheinlich dann als Cellistin. Ja, genau. Weil komponiert hat Arrival ja eben der Johann Johansson. Der Johann Johansson, genau. Dann Kamera ist der Lawrence Schör, den kennt man aus Godzilla 2, der jetzt dann Ende des Monats in die Heimkinos kommt. In Hangover hat er mitgemacht, in Garden State, War Dogs und den Wish I Was Here. Oh, also ist das ein Kumpel vom Zeck Raff? Ja, könnte man schon so sagen. So, dann kommen wir zur Besetzung. Da habe ich jetzt, ja, nicht alle aufgeschrieben, wie immer. Naja, so, da fangen wir mal an mit dem großartigen Joggen Phoenix. Der spielt nämlich den Arthur Fleck. Was ich jetzt nicht gewusst habe, den Namen vom Joker. Ist ja auch irrelevant. Ist irrelevant. Hieß der überall Arthur Fleck. Ich habe keine Ahnung, ob das... Keine Ahnung. Es kann schon sein, aber es ist ja auch irrelevant. Okay. Also ob der jetzt Heinz Müller heißt oder Arthur Fleck. Wie heißt der denn? Aber hat der nicht? Ist ja egal. Okay, ja. Naja, ihr dürft ja kommentieren. Auf irgendeine Weise. Da heißt er zum Beispiel Jack Napier. Ja, ich dachte noch so, weil... Es ist irrelevant. Okay, alles klar. Dann ist das egal. Gut, dann einigen wir uns so. The Joggen Phoenix kennt man ja auch. Unter anderem von Her, Gladiator, Walk the Line, The Master, Beautiful Day. Warum habe ich The Master zweimal aufgeschrieben? The Village. The Village und Science. Ein begnadeter Schauspieler. Wirklich, wirklich. Und er hat ja so ein bisschen mal so eine Pause gehabt, wo er so ein bisschen... Da hat er so einen komischen Film gemacht, I Wish I Was Here, wo er dann auch so eine Rapper-Karriere wollte doch machen und hat irgendwie zugenommen und hat... Ja, also er hatte irgendwie mal so... Ja, das war ja eine Verarsche. Das war eine Verarsche, genau. Wo dann eigentlich eine Dokumentation entstanden ist draus mit seinem... Das war aber die Doku, die Wish I Was Here. Ja, genau. Wo er so... Also er hat quasi... Ja, ja. Okay, ja, ist so. Ja, der hat ja... Der hat ja dann quasi... Der hat ja dann quasi... Ne, wie hieß denn der? Heißt der, Wish I Was Here? Ja, siehst du, weil... Ja, Wish I Was Here ist der von Zack Brad. Ja, genau, weil... Ich kippe mal den... Der hat doch... Der hat doch einmal so eine Zeit lang, einmal hat er sich total verwahrlosen lassen und gesagt, er steigt jetzt aus der Schauspielkarriere aus und er macht jetzt einen auf Rapper. Ja, genau. Und am Ende hat sich das dann rausgestellt als ein großer PR-Gag. I'm Still Here. I'm Still Here. Als großer PR-Gag, den er da zusammen mit seinem Kumpel da Casey, wie Casey Affleck, zusammen gemacht hat. Also der Casey Affleck hat das dann dokumentiert und auch die Reaktionen quasi in den Medien auf seine Wandlung und ja, das war ein gewagtes Experiment. Der hat sich das, dem hatten wir es halt voll abgekauft, dass er da so aussteigt. Ja, und was uns persönlich nochmal halt auch freut, ist, dass er ja auch überzeugter Umweltaktivist und Veganer auch ist und da den Dominion-Film... Nein, nicht... Ja, Dominion. Dominion? Ja. Oder Earthling. Earthling hat er. Gesprochen. Narrated, genau. Gesprochen. Und ja, also den Film habe ich jetzt nicht gesehen, weil ich bin eindeutig geheilt, aber wer sich noch heilen lassen möchte, um es mal so zu sagen. Ja. Können Sie sich gerne angucken. Können Sie sich gerne anschauen. So, dann machen wir mal weiter hier. Und zwar den Murray Franklin spielte Robert De Niro. Also der Original Taxi Driver. Genau. Den man unter anderem, ja, der Robert De Niro, ich meine... Den muss man, glaube ich, nicht mehr folgen. Ja, den... Egal. Der hat so viele Filme gemacht und ich finde es cool, dass er halt auch immer noch dabei ist und was ich auch persönlich auch cool an ihm prinzipiell finde, weil er ist ein ganz, ganz großer Gegner von Donald Trump. Und egal, wo er auch nur vor der Kamera steht, er lässt, hält dann immer dagegen und muss immer einen Kommentar zur aktuellen Politik von Donald Trump ablassen. Und das finde ich einfach cool, weil er da einfach auch seine Bekanntheit und seine Prominenz da einfach auch ausnutzt. Und das würde ich mir von vielen, vielen mehr wünschen, dass sie einfach mal Flagge zeigen und dann einfach mal sagen, okay, ja, natürlich ist das dann schwierig mit den Fans und ja, natürlich verstehen die das nicht auch immer. Aber man sollte halt einfach sagen, okay, wo man steht und da sollte man einfach auch dazu stehen und das ist so wichtig in der heutigen Zeit. Und auch Vorbilder sein, also wir brauchen mehr Vorbilder da draußen. Dann die Sophie Diamond, es wird gespielt von der Sersi... Dumont? Heißt sie nicht Dumont? Diamond? Dumont? Oh Mann, ich kann meine Schrift wieder nicht lesen. Ja, Recherche. Nachsitzen 6. Der Name wird ja, glaube ich, gar nicht erwähnt. Ja, keine Ahnung. Dumont heißt die. Dumont, Diamond. Sophie Diamond fand ich wohl gewesen. Aber den Namen kann ich aber auch nicht aussprechen. Heißt die Sersi Beetz oder Sersi Beetz? Sersi Beetz. Die hat doch schon bei Ding mitgespielt, oder? Oder bei Deadpool 2 und bei Geostorm. Da hätte ich sie aber kaum wiedererkannt im Vergleich zu Deadpool. Ja, ein bisschen gebraucht, aber dann habe ich sie erkannt. Und Atlanta hat sie auch mitgespielt. Dann die Mutter von Joaquin Phoenix, also von Arthur Fleck, also die Penny Fleck, wird gespielt von der Frances Conroy. Und die Dame ist ja auch schon sehr, sehr, sehr bekannt. Und die hat unter anderem, also ich habe jetzt nur zwei Serien, also weil sie ist halt eigentlich so mehr eine Seriengröße als bei Filmen, spielt sie zwar auch mit, aber dann immer so kleine Nebenrollen. Und sie ist halt bekannt als Mama Fischer in Six Feet Under. Und was ziemlich, ziemlich cool ist, weil sie spielt halt auch in American Horror Story mit, schon mit mehreren Staffeln. Und da sorgt sie für Angst und Schrecken in diversen Rollen. Dann habe ich eigentlich nur noch aufgeschrieben, denn der Brad Cullen spielt den Thomas Wayne, der ist, ja, ich kannte ihn, mir kam der Schauspieler irgendwie bekannt vor vom Sehen, aber irgendwie erinnert er mich an einen anderen Schauspieler, dessen Namen mir nicht einfällt und ich mir dann denke, weil es gibt ja immer so Schauspieler, die sehen den anderen ähnlich und ich glaube, die werden dann immer besetzt, wenn man die nicht kriegt. Und das ist so quasi die günstigere Variante davon. Also und so sieht der halt aus wie... Ja, es ist so ein Nebendarsteller. Ja, genau. Und den kennt man wohl aus True Detective und The Blacklist. Genau. Dann würde ich sagen, erzähle ich wieder ein bisschen was zum Inhalt, beziehungsweise lese ich jetzt einfach mal den offiziellen Inhalt von Warner Brothers Deutschland vor. Regisseur Todd Phillips, Joker widmet sich dem ikonischen Erzfeind und ist eine originale, eigenständige, fiktive Story, die noch nie zuvor auf der Leinwand zu sehen war. Philipps Studie über Arthur Fleck, unvergesslich porträtiert von Joaquin Phoenix, zeigt einen Mann, der darum kämpft, seinen Weg in Gothams zerrütteter Gesellschaft zu finden. Während man ihn tagsüber als Clown anheuern kann, strebt Arthur nachts danach, ein Stand-up-Comedian zu sein, doch am Ende scheint der Scherz immer auf seine Kosten zu gehen. Eine düstere Charakterstudie in der Arthur, gefangen in einer Abwärtsspirale aus Gleichgültigkeit und Grausamkeit, eine Fehlentscheidung trifft, die zu einer Kettenreaktion von eskalierenden Ereignissen führt. Ja, das ist einer der besseren Pressetexte, würde ich jetzt mal sagen. Ja, definitiv. Also mich, gut, dieser Superlativ da am Anfang ist natürlich so, dass es eine eigenständige, fiktive Story ist, davon ginge ich jetzt mal aus. Das ist, glaube ich, bei 99,9 Prozent aller Filmen so, die anderen sind Dokus. Aber ja, es trifft den Kern eigentlich ganz gut und bringt uns ja gleich mal so ein bisschen zu unseren Eindrücken. Was war denn so unsere Erwartungshaltung? Also die war natürlich enorm hoch, also meine. Und ich wusste, ich wäre da auch nicht enttäuscht. Also ich bin ja, ich war tatsächlich noch relativ entspannt. Also ich hatte wirklich Lust, den zu sehen. Spannend war ich auch. Und ich hatte auch Lust, den zu sehen. Da habe ich riesig drauf gefreut. Und es ist ja eigentlich, also eigentlich, wenn wir berichten, dass wir donnerstags gleich ins Kino gehen, dann könnte davon ausgehen, dass wir den Film wirklich, wirklich gerne, gerne, ganz schnell sehen wollen. Ja, das stimmt. Und sogar, was ich, uns mit einer Hundertschaft an Leuten ins Kino teilen. War ja erstaunt, dass er Donnerstagabend um die Uhrzeit so viele Leute im Kino zu sehen hat. Es war so proppevoll, hey. Das war der Wahnsinn. Also vor allem halt, also hier mal wieder ein Kritikpunkt an. Unser tolles Kino vor Ort. Weil der Film, also erstens mal Donnerstagabend, eine halbe Stunde Werbung, das ist von, das macht man eigentlich an einem Samstagabend oder Freitagabend. Okay, weil die Leute, die müssen ja am nächsten Tag auch arbeiten. Also es hat nicht jeder am Freitag frei. Also, und ich würde mal behaupten, dass 99,9 Prozent der Leute nicht am Freitag frei haben. Vielleicht noch Studenten, die sagen dann einfach, ne, geht's halt nicht, ich bleib jetzt noch liegen, aber egal. Und halbe Stunde Werbung, no go. Und ab einem gewissen Punkt sollte man einfach die Leute nicht mehr in den Saal lassen. Ja. Also, ich meine, 8 Uhr, 20 Uhr war offizieller Beginn, oder? Also, 1955. Wobei, man muss ja dazu sagen, es lief ja noch Werbung. Ja, schon, aber. Ja. Dann dürfen die Leute ja noch in den Saal. Aber dadurch, dass die Werbung so lang war, ist ja dieser Einlass auch ewig gewesen. Also, du musst dir überlegen, wir saßen da, wie immer, streberhaft, pünktlich. Und dann ging halt irgendwann mal die Lichtshow los, dann ging halt die Werbung los. Und dann kamen halt die Leute, in dieser halben Stunde ist halt auf einmal, booms, der Saal voll gewesen. Und dann musst du überlegen, was das ist. Und zwar nach 20 Uhr dann, ne? Also, wo er voll wurde. Genau. Also, es war 20, 20 Uhr, 20. Also. Aber was ich, also viel schlimmer, also, oder die Kombination ist es ja eigentlich, einmal lassen sie die Leute rein und dann denke ich mir immer, okay, es kann ja immer wieder mal vorkommen, ne, dass du irgendwie unerwartet im Stau stehst oder keinen Papus kriegst oder was auch immer. Aber das war nicht die Masse. Und dann denke ich mir, welche Art von Leute geht denn zu, also offensichtlich zu spät ins Kino? Also, kalkulieren die damit, dass Werbung kommt? Die wissen doch gar nicht, wie viel Werbung kommt. Doch, aber das ist halt das, weil ich da auch natürlich mit meinen Kollegen dann auch mal drüber gesprochen habe und so und die gehen alle nicht pünktlich in den Saal. Und die sagen sich so, ja, okay, also der Film fängt 19,55 an, dann gehen wir mal von mindestens 15 bis 20 Minuten Werbung aus und dann, also habe ich, ich habe da halt einen Puffer und die Leute sind da halt, keine Ahnung, was die da noch machen. Die stehen da noch ewig draußen rum und rauchen oder, oder, ich weiß nicht, sitzen im Foyer rum oder, keine Ahnung. Das ist so, als wenn ich zu meinen Schulungen als Dozent irgendwie eine Viertelstunde später kommen würde mit dem Argument, die erste Viertelstunde ist eh nur bla bla. Ja, eigentlich schon, ja. Ich finde es auch, ja, es ist halt einfach. Komische Sitte. Ja, vor allem im Theater würdest du es ja auch nicht machen, aber da würde ja auch nicht eine halbe Stunde Werbung davor laufen. Also, das haben die Kinobetreiber sich schon selber so gestrickt, dass die Leute halt auch nicht mehr pünktlich kommen. Und wenn man halt einfach, ja, das tut mir leid, also Donnerstagabend eine halbe Stunde Werbung, das ist zu viel. Und dann findest du ja bei so vielen Leuten immer noch ein paar so Hanseln, die dann halt auch noch ein Eis haben wollen und das verzögert das Ganze noch zusätzlich. Ja, ja, das hat nochmal zehn Minuten gedauert. Also, das war echt krass bei normalerweise. Ja, weißt du, dann kommen sie so knapp ins Kino, setzen sich dann rein und denken sich, ach, ein Eis hätte ich eigentlich auch noch gehabt. Der kommt ja sowieso vorbei, dann kann ich mir bei dem holen. Oder du hast dann halt wirklich, so wie wir, also wenn wir jetzt da, manche sitzen ja schon und die haben dann vielleicht ein Popcorn schon gegessen und denken sich so, hm, na, Eis geht jetzt auch noch. Hallo? Keine Ahnung. Also, naja, also wir sind eindeutig nicht die Masse. Aber wir saßen in der Masse und dann ist halt immer die Angst, also das ist immer meine Angst, deswegen regt mich das auch immer so auf, wenn dann das Kino so, naja, nicht, ergibt es nicht, dass es voll wird. Aber man hat halt einfach so das Gefühl und das ist das, was ich auch nicht verstehe, weil wenn ich mich unterhalten will, dann gehe ich nicht ins Kino. Dann gehe ich irgendwie, komm, wir gehen was essen, komm, wir gehen was trinken und wir unterhalten uns oder wir telefonieren oder wir chatten oder in irgendeiner Form. Aber das Kino halt so ein, ja, für viele dann einfach so im Vorfeld nochmal so, die erzählen dann über ihren Alltag und blablabla, geht es ja nicht mal um den Film, weißt du, da hast du nicht mal diese Nerds drumherum gehabt, wie es eigentlich früher immer so war, wo dann halt so, ja, und da habe ich was gelesen und da habe ich was gelesen, wo du denkst so, halt die Klappe jetzt, du spoilerst mich jetzt gleich. Also das stört mich zum Beispiel weniger. Aber mich stört es halt auch. Weil ich denke mal, ja, die Zeit vorher, wenn da schon irgendwie so eine Scheißwerbung kommt, die kann man doch nutzen, um, also man darf das glaube ich jetzt auch nicht, ich meine, wie oft gehen wir mit, ich Anführungszeichen, fremden Menschen ins Kino? Ne, das ist ernsthaft jetzt, also wir gehen ja ganz selten irgendwie, also wir gehen ja meistens zu zweit und wir kennen uns einfach und wir, weißt du, wir haben schon alles gesagt. Also wir sehen uns, nee, das war das jetzt nicht gemeint, aber du verstehst, was ich meine. Und du gehst halt irgendwie einmal, irgendwie so alle paar Wochen mit Freunden ins Kino, die haben sich irgendwie Sachen zu erzählen und wenn sie dann während des Films die Klappe halten, dann ist mir das egal. Ja, ich weiß, aber das machen sie ja zum Glück. Aber meine Angst ist dann halt jedes Mal, dass sie halt, wenn der Film dann halt anfängt, weil dann hörst du nochmal so einen Rest rauschen und dann hoffe ich dann immer nur so, ich will halt echt nicht, weil das ist so eine Spirale, wenn du einmal anfangen würdest, irgendjemand zu sagen, ich soll jetzt bitte die Klappe halten. Ja, aber du steigst dich da auch immer so rein. Ja, ich steigere mich da immer voll rein, weil ich dann halt immer denke so. Am Ende war es ja okay. Ja, war es ja auch. War laut genug. War laut genug, dank Dolby Atmos. Und ja, Punkt. Wie hat uns denn jetzt eigentlich der Film gefallen? Falls man es noch nicht rausgehört hat, also wir sind begeistert. Ja, begeistert ist tatsächlich das richtige Wort. Also der hat mich von der ersten bis zur letzten Minute gefesselt. Ja, mich auch. Und ich bin da raus und hatte so, ich glaube wir beide hatten so das Gefühl, okay, da kommt dieses Jahr nichts mehr nach. Also das ist die Krönung, also für uns jetzt die Krönung dieses Kinojahres und das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, das ist uns bewusst, aber wir haben jetzt nichts auf dem Radar, von dem wir ausgehen. Also wir lassen uns gerne überraschen, natürlich, aber wir glauben nicht, dass das zu toppen ist. Also auch nicht mal Star Wars. Nee, also bei aller Liebe. Nee, nee, das glaube ich nicht. Selbst wenn Abrams da das Ruder wieder rumreißt und kann das nicht dieses Niveau erreichen. Nein, das ist, ja, das ist wirklich Wahnsinn. Ja, ich glaube, der Elefant im Raum, den können wir gleich mal benennen, das ist halt einfach Joaquin Phoenix. Der Elefant im Raum. Ja, an dem kommt man nicht vorbei, wenn man über den Joker spricht, an seine Art, diesen Joker zu interpretieren und es ist, der Mann ist eine Naturgewalt. Also ich weiß nicht, was die erste Einstellung, glaube ich, ist doch, wie er sich da schminkt und sich die Mundwinkel da nach oben zieht. Man sieht es ja im Trailer auch. Ja, genau. Und alleine, also was sich im Gesicht dieses Mannes alles widerspiegelt, ist unfassbar. Das stimmt. Das ist unfassbar und es gibt sehr viele Totalen, wo man ihn sehr deutlich sieht und diese Gefühlsregungen, die er da transportiert, du weißt ganz genau, wie er sich in dem Moment fühlt und teilweise halt auch dieser Kontrast oder diese Qual, die er da innerlich fühlt, das ist so spürbar. Ja, er ist schon der Wahnsinn. Also vor allem, er ist ja ein Method-Actor und für alle, die das nicht wissen, es gibt halt eine gewisse Art zu Schauspielern und da spielt man die Rolle, indem man halt wirklich dieser Mensch dann auch wird in allem. Also manche gehen dann so weit, dass sie zum Beispiel ihre Familie dann verlassen und zu den Bedingungen auch dann leben wie diese Figur und er hat ja auch, das habe ich dir vorhin auch erzählt, weil ich das so beachtlich fand, er hat ja auch 25 Kilo für diese Rolle dann abgenommen. Ja, das sieht schrecklich aus. Also ob er aus dem KZ kommt, es tut mir leid, wenn ich das so sagen muss, aber so sah er halt aus in dem Film und ja, ja und diese 25 Kilo, wo er weniger hatte und auch dieses bewusste jeden Tag auch darauf achten, dass ich weiterhin abnehme, also dieser Kampf um jedes Gramm, das hatte halt auch diese Verletzlichkeit, diese ausgemergelte, hat auch diese Verletzlichkeit in ihm, so hat er sich dann auch gefühlt. Und gleichzeitig durch diesen Gewichtsverlust, weil es ist halt einfach so, wenn du weniger wiegst, jeder, der ein paar Kilos abgenommen hat, der weiß es, dass man, man hat halt einfach ein anderes Körpergefühl. Und er sagt halt auch, er konnte dann zum Beispiel Bewegungen und auch tanzen wie nie zuvor, also er hat halt diese Figur halt auch körperlich ganz anders gespürt. Und das ist halt auch nochmal der große Unterschied zwischen einem Method-Actor und einem normalen Schauspieler, dass du halt alles, was du halt da einbringst, halt auch was Körperliches ist. Und auch die Psyche halt natürlich spielte halt auch mit und manche können das halt und manche können das halt nicht. Und gerade, weil wir über Heath Ledger halt auch gesprochen haben, das hat ihn, also gerade, weil man sagt ja auch immer, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber die Rolle mit dem Joker, das war eigentlich so das, was ihn dann zugrunde gerichtet hat. Also mit der Figur ist er gestorben. Und ich finde halt auch, wo wir gerade bei Heath Ledger sind und auch der nächste Elefant im Raum ist ja jetzt so der Vergleich, den die Leute halt immer anstellen. Und ich finde, es ist insofern vergleichbar, dass sich halt beide Schauspieler wirklich, also die sind voll und ganz in dieser Rolle aufgegangen und haben unterschiedliche Ansätze gewählt, was ja wohl auch in der Anlage dieser Figuren liegt. Also dass man halt jetzt im Joker von The Dark Knight ja vergeblich nach einer Hintergrundgeschichte sucht und der halt einfach als vollkommen anarchistischer, böser Mensch ohne irgendwie eine schlechte Kindheit ist einfach da, ist einfach böse, will die Welt brennen, sind fertig, aus. Das ist halt jetzt hier ein komplett anderer Ansatz. Insofern hat auch, und weil es eben der Hauptprotagonist ist, hat Joaquin Phoenix hier auch eine ganz andere Präsenz. Und insofern, also ohne die Leistung von Heath Ledger schmeldern zu wollen, den ich nach wie vor grandios finde als Joker, insofern sticht aber Joaquin Phoenix jetzt mit dieser Performance nochmal ein Stück heraus, weil er halt einfach auch die nötige Präsenz bekommen hat. Der trägt den ganzen Film. Der trägt den kompletten Film. Also die anderen, die sind jetzt nicht unwichtig, aber der Film ist eigentlich eine One-Man-Show, wenn man das so unterbricht. Also die ergänzen sich natürlich, aber der könnte es auch alleine machen. Also könnte sie alle rausstreichen. Das würde auch wunderbar funktionieren. Und das muss man mal schaffen, dass man zwei Stunden lang als Figur so präsent ist. Und du sitzt halt in deinem Kinosessel und drumherum ist es dunkel, du bist umgeben von Menschen und dann gibt es immer wieder Einstellungen, wo er halt direkt in die Kamera sieht und er guckt dir halt wirklich in die Seele auf deinen blanken Knochen. Und das ist dann so, wow, okay, willst du eigentlich dann, das sind eigentlich die Momente, wo, nicht, die stressen einen nicht, aber wo du dann denkst, oh, guck mich doch jetzt nicht so an, weißt du, lieb. Ja, was, was wir ja schon sagen, ich meine, es ist kein, kein Wohlfühlfilm, definitiv nicht. Aber der will es doch auch nicht sein, verdammt nochmal. Das ist, sowas regt mich dann, jetzt reg ich mich gleich auf, weil, dann bitte, dann guckt doch, also wenn ihr euch irgendwo wohlfühlen wollt, in ein paar Wochen kommt The Last Christmas mit der Kalechi, dann guckt doch bitte das an, wenn ihr euch wohlfühlen wollt. Was ich eigentlich sagen will, es gibt ja sicher Menschen, die sagen, hallo Mario. Ein Elefant im Raum, noch ein Elefant im Raum. Nein, die vollkommen berechtigterweise sagen, dass nicht jeder Bösewicht immer eine Vorgeschichte braucht und irgendwie schlechte Kindheit und the society made me do it und bla und so. Und die Leute haben vielleicht auch recht, aber ich finde halt, dass eben der Joker jetzt eine Hintergrundgeschichte liefert, die aus meiner Sicht nicht plausibler hätte sein können und auch, also eben die Hintergrundgeschichte liefert, von der ich persönlich auch gar nicht wusste, dass ich sie eigentlich haben will. Und das Schöne daran ist eben, um dieser Kritik jetzt so ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen, und der wird jetzt nicht, also das, was der Joker ist, wird nicht einfach nur durch seine Kindheit, durch sein Umfeld, durch das, was ihm passiert, definiert, sondern der ist definitiv verrückt. Er ist definitiv verrückt und das nimmt ihm der Film auch nicht. Also der entmystifiziert diese Figur nicht, sondern dieser Film charakterisiert eigentlich nur diesen einen Moment oder diese Kette von Ereignissen, wie die Inhaltsangabe von Warner das so schön sagt, die ihm letztendlich diesen letzten Schubs gibt und ihm zu dem macht, was er dann ist. Ich meine, es heißt ja nicht umsonst die Spirale der Gewalt. Und es ist halt einfach so. Und ich glaube, was viele Leute so ein bisschen an der Geschichte ausstört, weil er fühlt sich währenddessen nicht an wie eine Comic-Verfilmung, weil dazu ist er viel zu real gefilmt. Also wenn du die Einstellungen siehst oder die ganzen Bilder, da könnte jetzt auch gleich ein Travis Sprinkle, der Taxi Driver, gleich um die Ecke kommen. Es schaut original so aus. Es ist ein Gotham, wie man es halt damals aus den 70er Jahren halt auch kennt und wobei er in den 80ern spielt. Und ja, und das ist glaube ich das, was vielen Leuten so ein bisschen, weil wenn es eine Comic-Verfilmung wäre mit dem Inhalt, dann kannst du das immer noch, dann macht es das Ganze wieder einfacher. Dann ist es halt ein Comic und dann kann ich damit umgehen und dann ist es halt einfach, dann kann ich es wieder runterbrechen. Und es ist halt einfach ein böser Mensch, Punkt. Dadurch, dass es aber so real gefilmt ist, kann ich halt sagen, okay, das, was der Joker ist, das läuft auch da draußen rum. Und das ist die eigentliche Kontroverse, was den Film so ausmacht. Dass halt für viele so, ja, wir wollen aber eigentlich die Leute gar nicht verstehen. Wir wollen auch keine Sympathie für die haben, weil das eigentlich nur, so wie jetzt der Typ da in Halle, das sind einfach nur Verrückte. Wir wollen nicht verstehen, warum jemand sowas macht. Das wollen wir einfach nicht, weil das auch einfacher für uns ist. Das ist, wir wollen in unserer Komfortzone drinbleiben. Wir wollen halt sagen, okay, das sind jetzt alles Spinner, die gehören weggesperrt, für manche dann auch weggetötet. So, und das ist das Schwierige an diesem Film. Und deswegen tun sich da manche Leute auch so schwer. Und deswegen gibt es dann halt so Szenen wie, oh mein Gott, vielleicht verstehen die Leute das in dem Moment und das löst dann irgendwie eine Massenpanik aus oder für die Leute ist es dann zu viel oder whatever. Oder ist es wirklich nur Marketing? Ich meine, wir können ja auf diesen Verfall, also auf die Einflussfaktoren dieses Verfalls, ja auch im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen eingehen, weil das würde jetzt auch zu weit führen, denke ich, da jetzt in Details zu gehen. Aber mir war halt wichtig, einfach herauszuheben, dass, also aus meiner Sicht, aber ich bin jetzt kein Kenner dieser ganzen Comic-Reihe. Ich kenne die Figur Joker. Ich habe auch Comics mit Joker gelesen. Und ich finde nicht, dass diese Darstellung oder diese Charakterisierung diese Figur in irgendeiner Weise demontiert oder irgendwie schadet, sondern ihr eine Facette verleiht, die ihn nicht weniger bedrohlich macht. Aber du hast tatsächlich, und gut, wenn man damit ein Problem hat, hat man vielleicht ein Problem damit, aber du hast tatsächlich sowas wie Mitleid stellenweise mit dieser Person. Und das, wie du schon sagtest, ist auch das Kontroverse daran, aber das ist nichts Neues im Filmgenre. Das ist sogar sehr häufig so, dass wenn halt Bösewichte oder Antagonisten so menschlich dargestellt werden, dass du tatsächlich nachvollziehen kannst, zumindest bis zu einem gewissen Grad, warum er die Dinge tut, die er tut. Das ist ja eigentlich gang und gäbe, und das macht aus meiner Sicht ja oftmals gute Bösewichte aus. Absolut. Aber das nimmt ihm jetzt nichts an Bedrohung. Ich finde, dass es die Figur einfach nochmal auf ein ganz anderes Level hebt. Und vor allen Dingen halt auch eben in einem Kontext setzt zu aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen. Und ich weiß nicht, ob sie sich tatsächlich so viel dabei gedacht haben, weil unterm Strich ist es eine relativ einfache Story. Also da darf man jetzt wirklich kein neu erfundenes Rat erwarten, aber trotzdem hat das einen spürbaren Realitätsbezug und das macht das umso tragischer, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, das ist halt einfach, ja, das sieht man halt auch einfach so schön, wie es gibt halt diese kleinen Momente, die halt dann im Prinzip das große Ganze sind. und die dann halt diese Kettenreaktionen halt auslösen. Und das ist halt, wir bewegen uns jetzt halt in einer Welt, die, würde ich mal sagen, vorrangig, wenn es um die digitale Welt halt geht, von Hass begleitet wird. Und da muss man sich dann nicht wundern, wenn nur Hass dabei hinten rauskommt. Und da kann man dann sagen so, ja, das ist dann halt wieder nur ein Irrer, aber jeder Kommentar und sei er noch so, ja, so Stammtisch mäßig oder so dahergesprochen, dass letztendlich auch hier, man bricht es runter und es besteht wirklich nur wieder aus Hass und aus Angst und das ist das, was uns, was unsere Gesellschaft halt gerade durchlebt. Und wenn es dann nicht bald mal eine Umkehrung gibt und einfach ein, ja, auch ein achtsames, behutsames Miteinander, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn nicht wöchentlich irgendwelche Leute, irren, verrückten, Kranke, also, ja, genau, weil letztendlich sind sie Teil, sind sie ein Produkt, solche Sachen halt machen, ein Produkt unserer Gesellschaft. Und das will, darauf will der Film halt hinweisen. Genau, und auch der Joker, ein Produkt unserer Gesellschaft. Ist er, ja. Und nicht ausschließlich, also, aber die hatte einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen. Und nein, das kann man vorwegnehmen, er fällt nicht in einen Säuretrog. Also das, glaube ich, dürfte den meisten klar sein. Ja, bevor wir uns vielleicht noch ein paar Minuten über Details, wir haben jetzt schon die Laufzeit erreicht, die wir eigentlich nach dem Spoiler-Teil erreichen. Ja, das ist krass. Bevor wir uns danach noch ein bisschen über Details unterhalten, wie sieht denn dein Fazit aus? Also für wen würdest du den Film empfehlen und was würdest du denen mitgeben? Ja, also prinzipiell, ich mache es einfach nur noch so, wenn mich jemand fragt, wie ich irgendeinen Film fand, dann sage ich so, ja, er ist toll und schaut ihn euch an oder ich weiß nicht, aber ich würde ihn schon empfehlen, auf jeden Fall. Und ich finde, man sollte den schon gesehen haben. Vielleicht will der eine oder andere ihn nicht extra im Kino sehen, aber bitte schaut ihn euch an, weil ich finde, das wäre einfach auch, jetzt ist es egal, ob es jetzt eine Origin-Story ist, ob es jetzt der Joker ist oder so, aber bitte schaut euch den Joke in Phoenix an. Weil das ist meiner Meinung nach, und wenn der nächstes Jahr nicht den Oscar kriegt, dann tut mir leid, dann läuft hier irgendwas falsch im Staate Dänemark. Dann ist etwas faul im Staate Dänemark, um mal Shakespeare zu zitieren. Ja, bitte. Also allein schaut euch wie ein Wingen-Diener an, weil das ist der Wahnsinn. Und er ist wirklich, wirklich wunderschön gefilmt. Also ich saß da immer wieder drin und es gab dann Sequenzen auch nach Gewalt. Und auch die Kombination mit der Musik. Die Kombination auch mit der Musik. Und es ist wirklich, der ist so schön gemacht auch. Und es klingt auf der einen Seite so abstrus, aber es ist halt einfach so. So habe ich ihn empfunden. Und ich war wirklich so, wow, wow. Schöner Film mit unschönem Thema. Ja, genau. Ja, meine Befürchtung ist halt tatsächlich, wie im Vorfeld schon erwähnt, dass es halt eigentlich eine Charakterstudie im Gewand eines Blockbusters ist, der dadurch viel falsches Klientel anlocken wird. Aber da wird man nicht dran vorbeikommen. Also es werden sich viele Leute diesen Film anschauen, die ihn unter einem anderen Label sicher nicht gucken würden und die dann entsprechend enttäuscht sein werden. Weil wenn ich jetzt als glühender Fan von Justice League oder Aquaman mir jetzt diesen Joker ansehe, aber was komplett anderes serviert bekomme, kann ich mir schon vorstellen, dass man da nicht ganz das bekommt, was man erwartet. Und deswegen... Ich glaube aber nicht, dass die dann da reingehen. Meinst du? Hundertprozentig. Weil... Also die Leute gehen doch da am Plakat vorbeisehen und Joke und denken, oh geil, guck mal Joke an, ey. Was war denn das für ein Scheißfilm, ey? Da war gar Batman gar nicht dabei. Naja, weißt du, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube ja, dieses Blockbuster-Klientel, das sind ja auch die, wo wirklich jede Woche in irgendeinen Kack gehen. Also wirklich Kack. Und die kriegen ja dann eh den Trailer dann präsentiert. Und die wissen dann, durch den Trailer weißt du eigentlich schon, was dich erwartet. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ob sich so, ist es jetzt vielleicht auch ein Klischee, aber wenn sich jetzt, wenn hier da steht, das neue Kammerspiel von Werner Herzog angekündigt wird, dann würden die wahrscheinlich... Da bin ich aber auch nicht angesprochen. Ja, das war jetzt ein extremes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Also ich finde, dass das halt, dass dieser Film einfach so einen ganz ungewöhnlichen Platz jetzt an der Sonne hat. Und für das, was er ist, das macht ihn nicht schlechter und vielleicht öffnet es auch, öffnet sich ja der ein oder andere dieser Art von Film. Aber ich persönlich finde, dass es halt, es ist der, für uns ist es der Film des Jahres und es wäre... Bis jetzt. Bis jetzt, ja. Es wäre blanker Hohn aus meiner Sicht, wenn Joaquin Phoenix dafür nicht mit einem Oscar bedacht würde, weil wenn Heath Ledger für seine Rolle einen Oscar bekommen hat, dann hat ihn Joaquin Phoenix dreimal verdient, weil der sich einfach die Seele aus dem Leib spielt, abgesehen davon, dass er ihn schon längst verdient hätte, auch für seine anderen Werke, also dass, wenn man das nicht alleine mit jetzt seiner Rolle als Joker rechtfertigen möchte, dann bitte gerne irgendeinen x-beliebigen anderen Film aus seiner filmischen Karriere. Also Beautiful Day zum Beispiel war ja auch eine Tour de Force. Also dass der Mann ist, seit der auf der Leinwand erschienen ist, seit Commodus in Gladiator, wo er mich schon beeindruckt hat, ist der einfach eine Konstante, die immer liefert. Ja, das stimmt. Und ja, wie du schon sagtest, wenn nicht wegen Joker, guckt ihn euch wegen Joaquin Phoenix an, erwartet einen düsteren, unbequemen Film. Ja, ich meine auch wegen der Botschaft, weil letztendlich, ich weiß nicht, ob der Film jetzt offensichtlich eine Botschaft hat, aber letztendlich ist es ja so, dann überlegt euch einfach mal, was da draußen halt passiert oder was mit den Menschen halt dann auch passiert, wenn man halt mit ihnen halt so umgeht, wie man halt mit ihnen umgeht. Ja, ich denke auch, dass, also wenn er eine Botschaft hat und das scheint mir auch immer so komplett unterm Tisch zu fallen, ist das jetzt nicht Gewalt ist gut und Anarchie ist gut und geht auf die Straße und zu den Mülltonnen an. Das, glaube ich, ist die Botschaft, die jetzt hier irgendwie anzukommen scheint, sondern meiner Meinung nach ist die Botschaft eben die, hört aufeinander. Achtet aufeinander. Hörter hört den anderen Leuten zu. Ja, weil, weil man sonst halt einfach seine Menschlichkeit verliert und ja, und halt dann unsere Gesellschaft so Produkte hervorbringen wie ein Joker. Ja, das, das, glaube ich, ist der Kern. Na Gott, wir haben jetzt schon die Stunde vor. Ja. Da würde ich sagen, kommen wir mal schnell zu. Schnell, schnell. Das war jetzt eh schon unser Fazit. Ja, dann kommen wir mal zu unserem Spoiler-Alarm. Also heute tun wir aber echt alles hier durcheinander machen. Ist euch schon schwindelig? Also mir ist auch schon ganz schwindelig. Ja. Also, jetzt haben wir ja eh schon irgendwie eine Stunde lang über den Film gesprochen. Mir wird sich aber nicht müde. also... Nein, irgendwie nicht. Aber das ist auch eine Kunst, weil, also wir mussten jetzt in kein einziges Detail gehen und konnten trotzdem ewig lang über diesen Film reden. Und das ist eigentlich bei manchen Filmen, da habe ich immer nur drum gebettelt, können wir jetzt endlich, können wir jetzt endlich? Ja. Und, ähm... Ja, weil, weil, weil eben, weil das, was den Film ausmacht, so viel mehr ist, so viel mehr ist, als einfach nur diese Handlung, die man ja tatsächlich eigentlich relativ schnell erzählen könnte, wenn man wollte. Ja, ist ja auch schon schön im Pressetext, also... Ja, genau, das ist es auch. Und ich meine, was, also, was, ähm, was mich da so, jetzt als eine der ersten, also, wie gesagt, mich hat dieser Film von der ersten Szene an einfach vollkommen gepackt und das liegt halt an Joaquin Phoenix und, ähm, auch diese erste Szene im, im, bei dieser Psychologin da, oder wo er da saß und, und, und raucht und... Lacht. Da lacht er ja zum ersten Mal. Und das habe ich ja jetzt für einen Spoilerteil aufgehoben, weil ich finde, das ist etwas, was man so nicht sieht, auch im Trailer, auch kommt das nicht so rüber, dass der Mensch, ähm, einfach Qualen leiden und lachen kann. Mhm. Und das ist so, du, du siehst dem zu und denkst dir, oh, also, du verkrampfst dich, ja, ja, ja. Weil, weil du halt merkst, dass er, also er hat halt eine Krankheit, also eine psychische Krankheit, die, äh, ihn halt lachen lässt ohne erkennbaren Grund, was ihn dann auch eben zu so einer Art Sonderling und Außenseiter macht, aber da er halt darunter auch leidet und das eigentlich unterdrücken will und es schafft er nicht. Ja, und das unterdrücken, das hört sich so schlimm an, weil dann fängt er halt an, dieses Lachen runterzuschlucken und das wiederum ein komisches Husten ergibt und dann raucht er noch währenddessen und das ist, also das zu spielen, also ich, nur so als kleiner Funfact, ich habe ja irgendwie versucht, dieses Lachen nachzumachen und hab mich dann, ich hab kläglich gescheitert, also ich hab mich angehört wie eine Hyäne, also, ähm. Ja, das ist einzigartig. Das ist wirklich einzigartig und das ist, das ist so unglaublich, weil wenn, Versuch, also das kann ja jeder für sich selber mal machen, einfach mal dieses Lachen nachzumachen, aber das schafft man einfach nicht, weil das halt so, das, das muss man ja üben und das muss ja, also auf, vor allem auf Knopfdruck, also so zu lachen, also das ist, allein hier denke ich mir so, wow, was für ein Schauspieler, nur wegen diesem Lachen jetzt. Ja, vor allen Dingen, das ist zum Beispiel ein, ein Aspekt des Jokers, der mir so, den ich so noch nicht gesehen habe. Also das, also klar, diese Lache und ich meine, er ist halt ein Clown und natürlich lachen Clowns, aber so dieser, dieser Aspekt, also dass es eigentlich eine Krankheit ist, das, das hat mich irgendwie total abgeholt, das, das war irgendwie was, das hat mich von der ersten Einstellung an, wo er dieses Lachen da, auch diese Szene im Bus mit dem Kind, wo er dieses Kind zum Lachen bringen will und dann von dieser Mutter da angemacht wird und dann einen Lachanfall bekommt, das geht einem so durch und durch. Ja, weil es ihm ja auch offensichtlich, also es ist ihm ja auch peinlich, also er will ja auch aufhören und er will ja nicht, der will ja gar nicht im, in dem Mittelpunkt sein, weil der sitzt halt in einem geschlossenen Raum mit fremden Menschen und muss dann halt lachen und du merkst halt, wie es, weil er will ja auch gar nicht so wahrgenommen werden und wie ihm das dann auch so zu schaffen macht, dass du so denkst, oh mein Gott, und ja, also das sind die, also der Film schafft es schon am Anfang, dass du schon mehr auf seiner Seite bist, also dass du durch solche Szenen, wo du halt schon merkst, so okay, da ist, da ist eine gequälte Seele und du fängst halt an, Sympathien mit ihm zu haben, was, glaube ich, dann für später, aber auch wichtig ist. Ja, ich meine, oder, oder wieso? Es ist ja wie mit allen, wie mit allen guten Bösewichten aus meiner Sicht, dass es halt bis zu einem gewissen Grad ja immer nachvollziehbar bleibt, wieso er die Dinge tut, die er tut, auch wenn sie, sag ich mal, als ein normal tickender Mensch niemals eine gewisse Grenze überschreiten würde. Er würde halt implodieren und er explodiert halt irgendwann. Und das sind aber auch ganz seltene Momente. Ich glaube, es gibt im gesamten Film genau drei Gewaltausbrüche und die sind auch sehr dezent, also die sind zwar drastisch, aber halt nicht, es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie verschwenderisch und gewaltverherrlichend ständig irgendwie Leute umgebracht würden. Nee, gar nicht. Und die letzten, die ihm zum Opfer fallen, die, ja auch nur indirekt, diese zwei Polizisten, die, ja gut, die werden aber auch nicht getötet, sondern nur sperrverletzt, aber wo er dann halt merkt, okay, dass die Gesellschaft übernimmt, übernimmt das jetzt für mich. ja. Ja. Das, also dieses, dieses Lachen ist, ja, das hat mich echt jedes Mal komplett abgeholt. Das ist so, so unglaublich. Ja, das ist schon krass. Ja, und dann, ich meine, diese Spirale, die er da, in die er da gerät, ich meine, es geht ja los, dass er irgendwie seinen, seinen Job verliert. Also am Anfang wird er ja von so Kids verprügelt, aber richtig verprügelt und die nehmen ihm ja einfach nur das Schild weg und weil, und dann wird er halt von denen halt niedergeschlagen und dann kriegt er auch noch Ärger, weil das Schild weg ist und er hat es ja nur versucht wiederzuholen und deswegen wurde er verprügelt. Dann kriegt er eine Waffe von seinem Kollegen, um sich zu verteidigen. Und dann fällt ihm während eines Krankenhausbesuchs halt die Waffe runter und dann kriegt er halt noch mal Ärger und dann kriegt er halt die Kündigung, weil er sich eigentlich nur vor, also egal was er macht, also es ist so wie, mein Weg ist schon vorgeschrieben, das ist mein Schicksal. Also er versucht ja auch immer auch Anschluss zu finden oder besser gesagt auch verstanden zu werden oder sein größter Traum ist ja Stand-up-Comedian zu werden und wobei ich dann auch immer so, so ein bisschen auch am Anfang gehofft habe, so ja, vielleicht sieht man das ja auch mal und ich bin echt gespannt, wie er sich dann auf der Bühne tut und dann kommt der Moment und du denkst so, oh scheiße. Er ist halt nicht gut. Er ist halt überhaupt nicht gut und ja und das kommt dann halt wieder, das bringt dann wieder die nächste Spirale und zwar ist dann, hat irgendjemand hat es halt dann aufgenommen oder es wurde dann gefilmt und es wurde dann halt dem Robert De Niro, also dem Murray Franklin, den er ja vergöttert und wie so ein Vater mit ihm dann zugespielt und der macht sich dann halt im Fernsehen drüber lustig und weil er ja die Sendung jeden Tag sieht, hat er dann, sieht er das natürlich auch, wie er sich über ihn lustig macht und da ist er ja aber schon auch an einem Punkt, wo er schon drei Menschen umgebracht hat. Also quasi, er hat den Schritt hat er schon gemacht. Ja und dann war es halt, ja genau, das ist halt auch so ein Ding, wo seine Karriere als Comedian da oder seine Ambitionen einfach komplett lächerlich ins Lächerliche gezogen werden, dann natürlich die Geschichte mit seiner Mutter, dass die, ja, als ehemalige Mitarbeiterin von Wayne Industries halt diesen Thomas Wayne einfach vergöttert und am Anfang man halt auch gar nicht so weiß, wieso, weshalb, warum und sie ständig Briefe schreibt und sagt irgendwie, wenn der wüsste, wie schlecht es uns geht, würde er uns helfen und sich halt dann herausstellt, dass sie offensichtlich der Meinung ist, dass der Thomas Wayne der Vater von Arthur wäre, was ja auch komplett, ich sage mal, einer psychotischen Fantasie entspringt, weil er offensichtlich adoptiert ist, was ich aber auch mochte, ist, dass der Film da gar nicht so arg darauf rumreitet, sondern es auch so ein bisschen offen lässt, also auf der einen Seite die Variante, dass der Thomas Wayne mit seinem Einfluss das halt so hingedreht hat, dass es nicht auf ihn zurückkommt, gefällt, auf der anderen Seite halt eben, dass seine Mutter offensichtlich psychisch krank war, sie ihn auch misshandelt hat oder ihre Freunde ihn misshandelt haben und man weiß und es spielt auch keine Rolle, das ist das Wichtige, dass man weiß gar nicht so recht, ist es jetzt wahr oder ist es nicht wahr, aber es reicht aus, es lässt ihn halt einfach glauben, dass seine Mutter, also es reicht aus, ihn nochmal so ein Stück weit zu schubsen, also er ist halt der Meinung, er fällt erstmal aus allen Wolken, dass seine Mutter ihn so lange im Dunkeln gelassen hat, dann ist er der Meinung, es ist sein Vater, konfrontiert ihn auch, der haut ihn ins Gesicht, dann findet er heraus, seine Mutter war offensichtlich verrückt und dann kehrt sich das ja um und dann sagt er, okay, also wenn seine Mutter ihn schon belügt und einfach wohl auch misshandelt hat oder dann, ja dann ist eh schon alles zu spät, dann ist der letzte Anker ist weg, weil er sie ja wirklich auch auf eine sehr, also das ist jetzt nicht irgendwie komisch, also dieses Verhältnis, was die zwei haben, weil er kümmert sich ja auch um sie und er wäscht sie ja auch, aber das ist jetzt keine, das ist kein Oedipus. Nein, gar nicht, also da ist jetzt auch nichts Sexuelles, schwingt da jetzt auch nicht mit oder so oder gar nicht, also das ist einfach so, ja, der Sohn kümmert sich halt liebevoll um seine Mutter und er wäscht sie halt auch und kümmert sich um sie und alles und ja, deswegen ist da einfach sein Anker da in dem Moment halt auch weg und genau zu dem Zeitpunkt kommt aber dann auch die Nachricht, dass der Mary Franklin, ihn in seine Show haben möchte, weil, ja, das Video, wo du durch die Decke gehst, genau und da will er sich quasi halt mit, ja, wahrscheinlich nochmal über ihn lustig machen und er denkt sich so, ja, okay, das mache ich, aber dann mache ich dann mein Ding und das hat er im Vorfeld auch schon geplant, weil, weil man ja was anderes vermutet, also man denkt ja, dass er sich öffentlich hinrichtet, selbst, selbst, umfängt. das lässt er einen ja so vermuten, aber was ich halt schon, was man im Vorfeld schon gesehen hat, auf dem Weg dorthin ist, ich glaube auf dem Weg dorthin, weil er schon, aber das ist auch nochmal so ein bisschen befeuert durch einen Kollegen, der ihn zu Hause besucht hat und weil die Polizei war da und eine Waffe und pipapo, weil dieses Verbrechen in der U-Bahn mit diesen drei Männern, wo er umgebracht hat, ist er noch nicht aufgeklärt und somit erkundigen die sich dann auch noch und Arthur hat dann halt nichts Besseres zu tun, als genau den umzubringen, der ihm dann auch die Waffe gegeben hat. Ja, weil er ihn ja auch wie die Wahrheit dann verdreht hat. Genau und das gibt ihm dann nochmal so ein, ja, wie, also, weil er fühlt sich ja nach den Morden immer so ein bisschen befreit, also ob so eine Last von ihm gegangen ist und das äußert sich dann auch, in dem man dann halt auch völlig anders geht. Und in dem Tanz, in dem Badezimmer, in dem Klo. Ja, das ist ja auch so ein, Ja, das ist nach den Morden. Ja, nach dem ersten. Ja, nach den ersten Morden, genau. Das ist auch so ein Wahnsinn. Also das ist so schön, also das tut, ja, das ist halt genau das, das tut mir so leid, aber es ist so wunderschön. Also wo du einfach denkst so, wow, was für ein schöner Film. Ja, es sind gerade drei Menschen gestorben. Ja, aber er tanzt halt, er tanzt so befreit, und er fühlt sich da so, ja, er fühlt sich einfach so befreit, dass er halt tanzt und so mehr oder minder in Zeitlupe und wie so eine Bühnen, so eine Ballerina, wie so eine Bühnen-Performance und das hat so was grotesk Anmutendes und dann auch dieses Cello, diese Musik dazu, die halt auch, also Cello ist ja immer was Schwermütiges eigentlich. Wahnsinn-Szene. Ja, was ich noch sagen wollte zu dem Murray, weil man, es gibt ja so eine Szene, wo er so tagtäumt, wo er mit seiner Mutter diese Comedy-Show guckt und da sieht man auch sehr gut, wie er sich selber sieht. Also, weil er träumt sich ja da quasi in das Publikum, diese Show. Ja, stimmt, ja. Und dann wird er auf die Bühne geholt und er wird quasi Lob und Anerkennung dafür gezollt, dass er sich um seine kranke Mutter kümmert und dass seine Mutter ja quasi gesagt hat, du wurdest geboren, um andere Menschen zum Lachen zu bringen oder so. Also, er hat halt einfach eine, er hat also eine ganz eigene Sicht auf sich und die wird halt dann im Laufe des Films einfach komplett demontiert. Ja. Und das stößt, schubst ihn dann letztendlich über den Abgrund. Ja. Aber, weil du sagtest, also diese Szene war auf dem Weg zu diesem Studio, wo er eingeladen wurde. Ich glaube auch, dass der Entschluss, sich umzubringen, war, glaube ich, fix, also den hatte er gefasst, aber er, er stark da, also er, er auf dem Weg dahin und wie er sieht, welch, also wie sich die Gesellschaft halt wandelt und er fühlt sich da verstanden. Ja, ja. Er fühlt sich plötzlich verstanden. Er fühlt sich nicht mehr fremd, sondern er fühlt sich als einer von von denen. Weil man ja auf dem Weg dorthin sieht man ja auch, dass so eine Demo so eine Demo halt ist, wo alle dann halt diese Clowns-Masken halt tragen und da passiert es ja dann auch nochmal mit den Polizisten, dass sie die dann halt verletzen und so und ja, das sind halt alles so Momente, wo halt ihn in seiner Rolle halt festigen und so kommt er da halt auch hin und mit einem Selbstbewusstsein und er sagt ja dann auch zu Murray, wenn du mich ankündigst, dann bitte als Joker, weil den Namen hat er ihm ja gegeben im Prophet. Ja, was ja eigentlich nur Witzbold heißt auf Deutsch. Genau und ja und dann treffen sie aufeinander und er ist ganz schön, ja also wie so ein Hollywood-Star kommt er da rein und hat da seine Ansichten und seine Reden und dann fängt er an, ihn zu necken und Murray zu sagen und ja. Ja und ich meine das, dieser Mord dann vor laufender Kamera ist ja dann ist ja dann seine Krönung im Prinzip. Also wo er sich, er sich selber nicht erhebt, aber die Gesellschaft ihn dann einfach das als Held, also im Prinzip so Held der Art, der, der, aber im Prinzip ist das genau der Umkehrschluss, weil das ist ja immer bei den, die Heldwerdung ist ja im Prinzip diesmal andersrum. Ja. Also er, wie nennt sich das dann im Böbel? Das ist ja, also die Gesellschaft erhebt ihn, also das ist gar nicht so sehr diese Apotheose, wo er sich selbst zum Helden macht oder seine Kräfte, ja doch, doch ist es, es ist eigentlich doch, also es spielt überhaupt keine Rolle, ob er jetzt seine, also er entdeckt ja seine Kraft und zwar entdeckt er seine Kraft, die Gesellschaft zu beeinflussen. Er merkt ja plötzlich, dass das, was er tut, Menschen inspiriert und zwar in einer, also auch, man merkt das ja auch in so Szenen, wo er diesen Clown an sich vorbeifahren sieht und lächelt oder wie er dann abgeführt im Polizeiwagen durch die Straßen fährt, alles brennt und er halt lacht, weil er halt merkt, es, ja, es hat eine Bedeutung, was er tut und wenn auch aus vollkommen verqueren, aus einem vollkommen verqueren Antrieb heraus und das, ja, wobei letztendlich der Grund, warum die demonstrieren, das ist ja jetzt nicht, weil, das ist so tagesaktuell wie eh und je, weil die Armen sich gegen die Reichen erheben und da, es gibt ja im jährlichen, ja, also oder halbjahrestakt gibt es dann immer wieder Berichte in den Medien, dass die Armutsschere dann wieder weiter auseinander oder es hat sich dann wieder eingefangen oder es geht noch weiter auseinander und wir haben offensichtlich hier ein, ein immer größere Arm-Reich-Gefüge und das ist nichts, nichts anderes, dass man sich halt einfach gegen die Obrigkeit erhebt und auch das, was jeden Freitag dann auf den Straßen mit Fridays for Future, das ist ein, ein Aufbegehren gegen die Obrigkeit und ein, ein Mahnen an, an dem, was da draußen halt passiert und nichts anderes ist es halt, nur natürlich, dass das halt jetzt in Gewalt ausartet und in Gelbwesten-Demonstrationen, wo dann halt wieder irgendwie was brennt oder so, aber genau das ist es halt und das macht den Film halt auch wieder so aktuell. Und auch so diese Darstellung von Thomas Wayne, die sich halt auch dem ein oder anderen sauer aufstoßen wird, weil der ja in dem vergangenen, Volles Arschloch. Ja, in dem vergangenen Jein, finde ich es gar nicht so sehr, doch finde ich schon. Das ist, der Punkt ist halt der, also da geht es jetzt wieder um dieses Thema Gesellschaftskritik, es kann schon sein, dass er die Dinge, die er tut, mit bestem Wissen und Gewissen tatsächlich zum Wohle von Gotham macht, aber die Art und Weise, wie er sich darstellt, ist einfach extrem herablassend, also wirkt herablassend. Ich glaube gar nicht, dass er das will, sondern er sagt halt, ja, diese Leute, die da jetzt mit diesem Joker sympathisieren oder mit diesem U-Bahn-Mörder zu dem Zeitpunkt, die sind krank und er will ihnen helfen. Und da merkt man halt schon, wo, also da ist irgendwie die Sicht, also weißt du, der Bezug zur Realität verloren, weil die sind nicht krank, sondern die fühlen sich missverstanden und die stellen sich auf die Seite eines jemanden, der halt aufbegehrt, auch wenn er Morde begeht und die Leute dann als krank hinzustellen, damit erreicht so jemand ein genau das Gegenteil. Ja, ja, genau. Das ist genauso wie, keine Ahnung, wenn du Nazis als Nazis bezeichnest und, also, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber weißt du, wenn du halt nur weil Leute anderer Meinung sind, halt einfach dir als blöd hinstellst. Ja, ja. Das ist vielleicht das bessere Beispiel. Ja, ich glaube auch, weil... Dann ist es halt, dann machst du das nicht besser. Ja. Dann, also wenn du zu dem sagst, du bist blöd und ich helfe dir mal klug zu werden, das macht das nicht besser, sondern die werden, die werden sich hinter Mauern verziehen und werden noch radikaler und in ihrer Art und genau das passiert. Ja, genau. Durch seine Art. und ja, er wird jetzt da nicht gerade als Sympathieträger dargestellt. Nee, vor allem halt, weil der hat ja dann, er kennt ja offensichtlich seine Mutter und ich weiß nicht, ob er ihn auch als Kind kennt, aber die ganze Situation und da ist halt, allein wie er da halt schon reagiert, natürlich will keiner im Klo sich aufgelauert, will keiner, dass einem im Klo aufgelauert wird, aber ihn dann zu schlagen, also das ist, es tut mir leid, also das ist schon Arschloch mäßig, also weil so, ja, geh mir jetzt aus dem Weg und ja, aber du bist mein Vater, bumm, also das war nicht nett. Ja, und das Ganze kipfelt ja dann in dem, in dieser mehrfach zitierten, auch im Filmen schon oft zitierten Szene, wie er, also wie Thomas Wayne halt umkommt und seine Frau in dieser Gasse und das halt auch als Produkt dieses Aufbegehrens darzustellen, also als indirekte, als indirekte Folge des Aufstiegs des Jokers fand ich auch grandios. Ja, fand ich auch. Vor allem halt, weil er im Vorfeld ja dann den den Mary Franklin umbringt und man denkt sich dann so, okay, weil dann gibt's dann so diese Parallelschalte und dann sieht man halt, wie die Wayne-Familie halt aus diesem Kino oder aus dem, nicht aus dem Kino, aus dem, doch aus dem Kino ausgehen und ja. Nee, das ist danach, wenn er schon da ist, war schon im Polizeiauto. Ja, genau, das ist da danach, genau und dann denkst du so, ja, aber der Joker ist jetzt im Polizeiauto, wie kann der die jetzt umbringen, weil du halt das noch so kennst von den Vorlagen oder gerade von dem Joker von Tim Burton, dass der Joker halt den Batman seine Eltern umgebracht haben oder den Bruce Wayne und ja, dann ist es halt jemand anders und du denkst so, wow, das ist schon irgendwie cool, weil halt das alles sich so einfügt und es ist ja auch so, dass dann der Polizeiwagen wird ja dann aufgehalten und dann holen die ganzen Scharen ihren neuen Anführer halt aus dem Auto raus und das ist eine grandiose Szene. Das ist auch grandios, ja, so finde ich auch toll. Wo sich mit seinem eigenen Blut nochmal dieses Lachen im Gesicht malt und ja, er endet anders, als ich erwartet hätte, aber wie ich finde sehr genial, er endet jetzt nicht mit einem mit einem König der Unterwelt, der halt, also, sondern er endet mit ihm halt in der Klapse. Ja, aber das ist, das ist eigentlich so, weil das ist, normalerweise würde man ja dann denken so, also bei jedem anderen normalen Comic-Verfügung wäre es dann halt wirklich so, dass er dann halt reitend. Wäre das die letzte Einstellung gewesen auf dem Auto. Ja, ja. Das wäre, das wird eigentlich das Erwartete. Genau, oder dass er halt reitend in die Unterwelt, also in die Gotham-Unterwelt halt davon driftet, genau, also, aber so ist es halt, dass er dann, klar, wie es halt so ist im normalen Leben, wenn du irgendeinen Scheiß baust, wirst du halt irgendwann mal erwischt und irgendjemand nimmt sich deiner halt an und entweder kommst du ins Gefängnis oder du kommst in die Klapse und offensichtlich waren sie der Meinung, er muss in die Klapse und dann kriegt er halt schon wieder irgendein komisches Interview gedrückt, wo er dann merkt so, ja eigentlich, die hat doch gar keine Ahnung und die hört mir ja eh nicht zu und das Coolste ist dann halt, was ist das Coolste, Entschuldigung, aber auf jeden Fall, dann läuft er halt den Gang entlang und du denkst dir so, hm, wieso läuft denn der da alleine und dann, oh, er hat blutende Fußabdrücke, hm, okay, alles klar, die ist tot und dann siehst du, dann kommt eigentlich schon der Abspann so langsam und dann siehst du halt nur wie er halt vor den Pflegern halt wieder weg Weißt du, was ich auch clever finde, es wird mir keiner selber erwähnt, wie viel Zeit da dazwischen liegt. Ja. Weil, also ich glaube nicht, also ich glaube nicht, dass sie den da irgendwie postwendend verhaftet haben, sondern es liegt einfach zwischen, zwischen dem, auf dem Auto stehen und in der Masse baden und diesem Interview oder diesem Psycho, Psychiatrieaufenthalt liegt eine unbestimmte Zeit. Ja. Und da kann man sich halt jetzt alles mögliche reindenken. Ja, das ist auch gut. Ob da schon, weil er sah auch älter aus, noch grauer mit Bart und so, mit Doppelbart und so, das könnte ruhig auch irgendwie mal so zehn, 15 Jahre später spielen. Ja. Fand ich auch interessant und auch ein tolles Ende. Mhm. Ja, und dann sitzt man da und der Film ist fertig und man denkt sich so, oh mein Gott, wie toll und oh, wie schade, weil der Jokin Felix gesagt hat, ich mache den Film nur, wenn es bei diesem Film bleibt und es keinen weiteren Film mehr gibt mit ihm. Ja, es ist, ich denke mir halt, es ist ein, also schade für die Warner, die, aber ich kann es verstehen. Ja. Also ich bin auch jetzt nicht böse, wenn es bei dieser einen. Nein, böse bin ich auch nicht. Es wird ja, es wird ja, also mit ihm vielleicht keinen Joker mehr geben, aber es wird ja einen neuen Batman geben. Matt Reeves, der, der die, Planet der Affen Trilogie gemacht hat, wird Regie führen. Also mein Hoffnungsschimmer. Robert Pattinson soll eine, eine ganz andere und viel jüngere Version von, von, von Batman oder Bruce Wayne verkörpern. Ich habe keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich würde es begrüßen, wenn mehr solch mutige Comic-Verfilmungen den Weg ins Kino finden würden, weil das, das wäre doch mal, also eigentlich ist das ja das, wofür ja Warner, also die, die haben ja jetzt nicht das, sie wollten zwar, aber sie haben jetzt nicht das, äh, DC, äh, bla, also die haben halt nicht diesen großen Plan, ne? Und, ähm, Marvel, Marvel hat ja schon, bisweilen kann man sich ja Marvel, kann man Marvel ja schon so ein bisschen vorwerfen, dass, wenn auch die Filme immer so ein bisschen unterschiedlich geraten, ja, dass, ich finde so, in der, in der Grundtonalität sind die alle gleich, sind die sich sehr ähnlich. Und entweder man mag das oder man mag das nicht, entweder man sieht sich daran satt oder man, oder man findet es nach wie vor toll. Ja, es ist schon, eigentlich ist es sehr, 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 sehr gutes Popcorn-Kino. Genau, und, genau, und entweder man, man ist irgendwann satt mit Popcorn oder man, man, man ist halt weiter so. Und DC hätte ja, oder hat ja dieses, eh schon dunkle Universum. Also ich meine, vor allem haben sie diese Chance zu sagen, okay, wir haben zwar keinen Plan, aber dann lassen wir uns doch experimentieren. Ja. Und der Joker ist so ein Ding, was ich niemals, also gerade nicht von Warner, und hätte ich niemals erwartet, von so einem Regisseur halt auch nicht. Also so einem Regisseur, so einen Film zu geben, mit so einer Figur, mit so einer ikonischen Figur, extrem mutig, und ich würde mir wünschen, dass Warner weiterhin, also weg von diesem, wir müssen jetzt so ein bisschen Marvel nacheifern, hin zu solchen mutigen Filmen. Ja, wäre ich auch, bin ich da ganz bei dir. Vor allem, weil man hat ja dann im Vorfeld dann auch schon wieder den Trailer von Harley Quinn gesehen, und ihr habt den jetzt glaube ich zwei, drei Mal gesehen und ich glaube, wenn ich ihn nochmal sehe, dann will ich ihn gar nicht mehr sehen. Dann will ich ihn gar nicht mehr sehen und das ist einfach nur, also das ist, das läuft schon wieder in diese Suicide Squad Richtung und meine Fresse kann, also so langsam fange ich glaube ich an, sie nicht mehr zu mögen, weil sie ganz schön nervt, allein in dem Trailer schon und ich glaube deswegen, ich glaube ich will den Film nicht sehen. Ich will den nicht sehen. Also man darf gespannt sein, ich bin jetzt auch, wie man weiß, gibt es ja eine Suicide Squad, ich weiß nicht, ob es ein Sequel oder eine neue Auflage sein wird, ist der Fall, weil James Gunn am Ruder, der ja mit Guardians auch schon geliefert hat, da bin ich auch noch hoffnungsvoll, also wenn jetzt, ich bin nicht grenzenlos optimistisch, aber ich bin hoffnungsvoll, weil ich mir denke, naja, gerade noch sowas wie Joker, also wenn die Scene in der Lage ist, so einen Film zu produzieren oder Warner nach dem Mut hat, dann bin ich tatsächlich etwas hoffnungsvoller gestimmt, was künftige Werke betrifft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nächste Wonder Woman sich in der Tonalität ja nicht grundlegend von dem ersten unterscheiden wird. Nein. Und das, wenn sie nochmal irgendwie so ein Justice League Ding machen mit Superman oder was auch immer, dass das auch wieder, aber trotzdem finde ich, wenn sie den Platz finden für solche Dinger, dann gucke ich mir gerne hin und wieder mal auch in die C-Filme im Kino. Ja, weil das ist halt im Prinzip, eigentlich ist das wie wieder gut machen zu Aquaman. Ja. Naja. Also. Der auch so furchtbar war. Ich, ich verstehe es nicht. Also ja, also ich bin, wir sind geflasht, wir sind aufs Positivste überrascht und wünschen uns einfach mehr in diese Richtung und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort, es sei denn, du hast dem noch was hinzuzufügen. Alles gut. Ja. Boah. Jetzt haben wir eineinhalb Stunden über den Joker gequatscht. Wahnsinn. Krass, krass. Naja, es ist einfach ein Film, der uns, der uns über alle Maße begeistert hat und wenn man sich für etwas begeistert, dann kann man da auch ausladen. Das stimmt. Jo, dann was haben wir denn an Ausblick? Was wird unser nächster Film? Ja, habe ich schon mal aufgeschrieben. Und zwar, also mal schauen, ob er im Kino läuft und ob das von den Zeiten her passt. Also, aber was ich wahnsinnig gerne anschauen würde, ist The Report mit dem Adam Driver. Ach, wo ist es um diesen? Da geht es um die Torture, The Torture Report heißt es, glaube ich. Also, Torture ist dann ausgestrichen. Folter Methoden, der CIA geht. Also, ich mag ja so Geschichtsfilme und auch alles, was so ein bisschen mit Geheimdiensten und so zu tun hat, da bin ich ja immer für. Und ja, und da spielen ja auch ein Arsch voll gute Leute halt auch wieder mit. und sieht definitiv beeindruckender aus, was da ist. Absolut. Und wenn der nicht passen sollte, dann habe ich schon wieder den nächsten und zwar Le Mans 66 gegen jede Regel. Der muss auf jeden Fall auf den Weg sein. Ja, der ist ja wieder mit Christian Bale und Matt Damon als Ford und diesen Testfahrer, die quasi sich zur Aufgabe gemacht haben, Ferrari zu schlagen. Ja, der Matt Damon spielt ja den Shelby, oder? Ja, mit Matt Damon spielt den Shelby, Genau, der Shelby von Shelby Mustang. Genau. Ja, und dann haben wir ja noch einen Trailer gesehen, der ich auch total geil fand zum neuen Clint Eastwood, wo es um diesen Attentator da geht. Ja, aber der kommt, glaube ich, Der kommt später. Wie heißt denn der neue? Ja, nicht Act, das ist jetzt immer wieder bei dieser komischen Ansicht. Richard Jewell ist das, ja. Ja, der ist gerade in der Post-Production, der kommt, aber dieses Jahr noch. Das war so ein, ich kenne die Geschichte überhaupt nicht. Also der kommt am 13. Dezember, aber ich glaube, dann kommt der in Amerika, weil, also ich kenne es noch von meinen Kinozeiten, wo ich im Kino gearbeitet habe. Also prinzipiell, also traditionell kommt ein Clint Eastwood-Film in Deutschland immer im Januar. Okay. Warum auch immer, aber. Da geht es um die Geschichte eines Sicherheitsmannes, der irgendwie heroisch tausende von Menschenleben rettet, indem er quasi eine Bombe 1996 bei den Olympischen Spielen entdeckt und dann eben von den Journalisten und der Presse fälschlicherweise also denunziert wird, indem er als Terrorist. Aber jetzt holst du schon sehr weit aus. Dazwischen schauen wir doch noch Star Wars. Ja, ich fand aber den Trailer so geil von Richard Jewell. Der war richtig gut geschnitten und da spielt auch wieder alles möglich mit von Sam Rockwell und Olivia Wilde und Jon Hamm und weißt du, der Geier war's. Also das ist schon tolle, tolle Schauspielerriege. Jo, dann kommen wir noch zu unserer Serienempfehlung. Und zwar haben wir gestern Abend noch fertig geschaut. Es gibt, der läuft auf Amazon Prime und zwar ist das Undone. Acht Episoden a, ich glaube 30 Minuten. Nicht ganz, 20, 24 Minuten. Genau. Kann man schnell gucken, ist sehr ungewöhnlich. Es geht im Prinzip bis so eine gewisse Zeitreisengeschichte und sie ist komplett rotoskopiert. Also das heißt, übermalt, so wie Scanner Darkly. Sehr ungewöhnlicher Look. Super sympathische Figuren, tolle Geschichte. Ist echt toll, ja. guckt euch an und dann an. Es hat uns sofort angemacht, als wir den ersten Fehler gesehen haben. Mal was ganz anderes. Absolut. Ja, wirklich. Steve Odenkirk spielt mit, den man aus Breaking Bad kennt, als Better Call Sam. Ah, Saul. Nicht Sam. Better Call Saul. Genau. Das war unsere Serienempfehlung für heute. Ja, dann ansonsten bedanken wir euch. Bedanken wir uns. Bin ich schon durch. Bedanken wir uns bei euch für eure Geduld. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß bei dieser Episode und stimmt uns vielleicht in dem einen oder anderen Punkt zu. Falls nicht, könnt ihr natürlich gerne kommentieren. Aber am besten, und wenn ihr es gut fandet, dann könnt ihr euren Freunden von uns erzählen. Uns auf Twitter, Facebook, YouTube oder Instagram folgen. Uns eine Nachricht schreiben. Uns auf iTunes oder Panoptikum. I.O. bewerten. Uns via Flatter unterstützen. Bei unseren Partnerprogrammen bei Amazon.de einkaufen. Oder uns anderweitig eine Sache oder Geldspende zukommen lassen. Ich warte ja immer noch auf die Socke unter meinem Bett. Da ist nur Geld drin. Das ist auch nicht. Ihr müsst ja auch nicht einbrechen. Ihr könnt es einfach schicken. Genau. Schickt uns einfach Geld. Alle Links dazu findet ihr in den Shownotes dieser und aller anderen Episoden im Podcast Kleint Eures Vertrauens und natürlich auf kat.exklamatio.de So. Dann wünschen wir eine gute Zeit. Setzt ein Lächeln auf. Genau. Setzt ein Lächeln auf und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. It's something funny. Stay down, freak. Tschüss. Ja. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017